S.S. Wanderer Hier das Rückspiel war schön. Viele Fans, viele Zuschauer, gute Atmosphäre. Haben wir noch ein richtig gutes Spiel gemacht. Leider natürlich aus der Sicht von Lotte dann noch in der Nachspielzeit mehr oder weniger das 1-1 bekommen. Aber das Stadion, die Fans, die Atmosphäre war schon geil. Spätstarter vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, 25 Jahre ist ein gutes Alter für die 2. Liga und ich freue mich drauf. Ich habe natürlich erst mal das Ziel, mich hier gut zu integrieren. Natürlich meine Stärken, die ich dann mitbringe, auch weiterzugeben, der Mannschaft zu helfen. Und mich natürlich hier auch schnell gut zurechtfinden. Lugi ist ein Spitzname, der so ein bisschen meinem Haarausfall zuzuschreiben ist. Und zwar gab es mal damals ein Spiel gegen Schalke 2, da war noch Luginger auf der Bank bei Schalke. Und er hatte damals für den ein oder anderen Mitspieler eine ähnliche Frisur wie ich. Und daher kam so ein bisschen der Spitzname Lugi zustande. Aber ich glaube, jetzt haben wir das ganz gut im Griff bekommen. Jetzt haben wir die Haare kurz und jetzt ist der Spitzname dann auch vielleicht mal beiseite gelegt. Es war die La chor. Es war Nerva.